Also mein Wunsch-Koalition wäre schwarz-grün, weil einfach bisher viel zu wenig die Schwarzen für die Umwelt getan haben, für die Zukunft getan haben, die Wirtschaft hatte die Priorität und ich hoffe, dass die Grünen da ein Korrektiv einbringen können. Eigentlich habe ich es mir anders vorgestellt, weil mir hat die Frau Renty-Wagner sehr gut gefallen. Ja, also ihre ganzen Themen und ich hoffe, wir können das in der Politik noch verwirklichen, was sich Frau Renty-Wagner vorstellt. Vielen Dank.